Und ohne Sliden an der Stelle kann man es nicht mehr schaffen, weil man zu langsam für die Wand ist. Hallo! So, man kann da... Hallo! Natürlich, das Ding ist ja auch so langsam an der Stelle, dass man da komischerweise mit normalen Schleichen durchkommt jetzt oder wie. Das muss man auch nicht verstehen. Das Lift muss zu dem, was es ist, was sie nachher sind. Ich muss erst die Oberfläche erreichen. Wie? Ich muss innerhalb von... Hä? So schnell kann ich das doch überhaupt nicht... Muss ich jetzt erst mal wieder den ganzen Weg da hinten hinlaufen? Hätte man nicht einfach den Speicherpunkt hier machen können, das ist ja... Das ist ja jetzt schon Krebs, wenn man dann hier wirklich jedes Mal, wenn man irgendwo einmal scheitert an der Stelle, muss man dann den ganzen Weg wieder nach vorne laufen. Oh, das ist ja... Hallo? Natürlich, jetzt muss ich erstmal warten, weil ich nicht wusste, wo ich langen soll. Es kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Ernsthaft, jetzt muss ich von hier wieder anfangen, weil ich ganz oben irgendwo mal sterbe? Warum gibt es denn hier keine Checkpoints irgendwo mal zwischendrin? Es ist doch wirklich furchtbar, wenn man da hier wirklich 20 Millionen Spielstunden wiederholen muss, wenn man da irgendwo ganz am Ende dann irgendwie mal stirbt. Bitte was? Was, als ob mich das noch mitreißt? Ich war doch schon weg. Alter, jetzt muss ich wieder von hier anfangen. Immer diese scheiß Sequenz, wo ich da erstmal 10 Sekunden hinlaufen muss, weil ich natürlich hier keinen Checkpoint einfach mal haben kann, wie normaler Spieleentwickler es bauen würde. Wie? Eben hab ich's geschafft! Und jetzt scheitere ich da aus irgendeinem Grund, obwohl ich genauso schnell bin wie vorhin auch? Alter, ich kann diese Sequenz jetzt schon nicht mehr sehen! Alter, was sich Ubisoft immer dabei denkt, hier die Speicherpunkte an den komischsten Orten zu machen, sodass man dann jedes Mal diese kack Zwischensequenzen ansehen muss. Hallo? Dann steht einfach mal vernünftig Gamedesign hier zu machen. Hmm? Hm? 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 Das war's. So, habe ich es dann doch. Das ist, was sie fürchten waren. Geh weg, wenn du willst. Du bist ein schnelles Assassin. Aber bist du schnell genug, um alle unsere Böden zu holen? Jetzt, rauskommt deine Wege und keine fehlenden kleinen Tricks. Leid, um einen anderen Tag zu kämpfen, Arsch. So, keine Ahnung, was unsere Pfeile 13 haben, wir immer einen Läufer geschafft. So, vergrößerter Hesix. Ja, aber wir verlassen dann jetzt erstmal. Also, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss. Guten Morgen, Assassin. Guten Morgen. Wer bist du denn? Katastrasch. Wir waren nicht sicher, ob du immer wieder zurückkommst. Ach so. Ich bin Kapitän. Ich kenne, wer du bist. Gut. Und ich kenne dich auch. Meine Spiege haben mir alles über dich erzählt. Und deinen Liefer. Die liebliche Prinzess. Hayarakawa. Das ist aber nicht so freundlich. Aber nicht so freundlich. Was willst du mit mir? Wenn es mir geht, nach deinen Aktionen in Afghanistan wird, du bist tot. Ach so. Aber William wünsche dir, dass du persönlich zu sprechen. Ach wirklich? Ja, der Dieb in unserer Mitte. Ähm, oh, äh, C geht nicht, hä, wieso kann ich nicht schleichen? Ähm, wirkliche Helixstörung entdeckt. Helixschleier. Ja, ich hab doch den Helixschleier. Hä? Alter, was ist das für eine Pistole, die der da hat? Wieso kann ich nicht schleichen? Guten Morgen. Ernsthaft? Ich dachte schon, ich muss jetzt wirklich die ganze Sequenz neu angucken. Ich muss mein Werkzeug finden. Ja, hallo? Ich kann ja gar nichts machen gerade. Help! Ah! Alter! Warum kann der mich auch immer dreimal treffen oder so? Wie soll ich denn mit dem Helixschleier da durchkommen? Ich kann den ja nur machen und bin dann sofort gesehen, aber... Ach, aber jetzt bin ich hier. Alter! Ich kann mich halt nicht bewegen, solange ich den habe. Next time we kill you! Over there! Raise the alarm! Ich kann ja... Ich kann ja gar nichts machen. Wie soll ich denn gegen den kämpfen? Ich habe ja keine Waffe und gar nichts. Ich weiß nicht mal, was ich hier tun soll jetzt eigentlich. Hier kann ich sagen. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Ich habe ja auch nur so eine Kiste. Das bringt mich ja nicht weiter. Was? Was ist das? Ich habe ja nicht mehr, was ich tun soll! Wollt ihr sehen? Alles was und alle holen, die wegsteigen. Ich weiß. Was war denn noch so? So. Ähm. Kann ich da drüben noch was machen? Dieser Balken, der hat keine Bedeutung, wie es aussieht. So. 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 Hast du was für mich? Nee, hast du nicht. Das wäre auch noch schöner. Diese eine kann ich dann nicht noch mehr deaktivieren oder so? Nee, kann ich nicht. Die habe ich auch mal schon fertig deaktiviert. Was ist das für mich? Voll strecker in joles bin ich. Hm? Asleep on the job. Das wird zu fast. So, da hab ich den Schatten. So, da sind meine Wehpungen. Jetzt, um sie zu erreichen. Die Frage ist, wie mach ich das? Ich bin ja an dem nicht vorbei. Das bringt mich ja nicht weiter. Das geht der aber weg, praktischerweise. Hä, ich bin doch im Helix-Ding gewesen. Wieso kann der mich trotzdem sehen? Alter, wie soll ich denn das schaffen?